Kapitel 6 Potter ärgern Eine Woche war vergangen und Draco hatte herausgefunden, dass Granger ihn verarscht hatte. Nein, sie hatte gelogen. Das Pergament war nicht von ihr gewesen. Sie wollte ihm nur nicht sagen, von wem es wirklich war. Und jetzt wollte er es erst recht herausfinden. Auf dem Schlossgelände herumwandernd, sah er in weiter Ferne eine Person am See sitzen. War das wohl wahr? Wenn er Glück hatte, war es Granger, und dann wäre sie fällig. Als Gryffindor zu lügen, wo kam er denn da hin? Als er noch zehn Meter entfernt war, erkannte er die Person eindeutig als Potter. Potter, der irgendetwas schrieb. Ein Liebesbrief an Sabini? Er kicherte leise und stellte dann sicher, dass es keiner gehört hatte. Er schlich sich an den Wuschelkopf ran und beugte sich zu ihm runter. »Porter«, sprach er ihn dann an und beobachtete mit kindlicher Begeisterung, wie Harry zusammenzuckte und sich eine Gänsehaut über seinen Nacken stahl. »Interessant«, der grünäugige Kampf-Gryffindor-Zwerg drehte sich zu ihm um und sah ihm mit gefährlich glitzernden Katzenaugen an. »Ui«, Sabini hatte recht, das sollte ihm Angst machen, ja, genauso wie ein verlorenes Kätzchen. »Verschwinde«, zischte klein Potty ihn an. »Wieso sollte ich? Das ist ein freies Land, ich kann hingehen, wo ich will«, erwiderte er unbeeindruckt. »Dann such dir ein anderes freies Stück Land«, zickte Harry. Er bemerkte selber, dass er sich dämlich aufführte, aber was soll's. Draco dachte, dass es lustig wäre und zog Harry einfach die Brille von der Nase. Dann ging er einige Schritte zurück. Er sah Probeweise hindurch und musste feststellen, dass Harry ohne Wursi ziemlich aufgeschmissen war. Ideal, um ihn zu ärgern. »Okay, dann gehe ich und such mir woanders ein ruhiges Plätzchen«, sagte Draco fröhlich und ging beschwingend zum Schloss. »Man sieht sich, Potter«, rief er ihm zu und sah über die Schulter zu Harry. Welcher ziemlich hilflos auf dem Rasen saß. Für einen kurzen Moment war Draco versucht umzudrehen, aber er entschied sich dagegen. Granger hatte ihn verarscht. Dann musste ihm Potter dran glauben, wenn er sich schon so anbot. »Warte! Malfoy! Bitte, ich führ doch niemals wieder zurück! Bleib stehen! Verdammt, Malfoy, bitte!« schrieb Harry verzweifelt hinterher. Er war so gut wie blind ohne seine Brille. Er biss sich auf die Unterlippe und wusste gerade nicht, was er tun sollte. »Warum musste Draco ihm das jetzt antun?« Er ließ die Schultern sinken. Er beugte sich nach unten. Fein Außenstehenden sah es wahrscheinlich so aus, als würde er auf den Boden kriechen, aber anders würde er sein Schreibzeug nicht wiederfinden. Nachdem er sicher war, dass er alles hatte, räumte er es in seine Tasche und warf sie sich um. So verlor er sie wenigstens nicht. Er saß noch eine Zeit lang auf der Wiese und sah auf den verschwommenen See. Allerdings bekam er Kopfschmerzen davon und schloss schließlich seine Augen. Was hatte er Draco jetzt wieder getan, dass er ihn so demütigte? Die Tränen kamen, ohne dass er es wollte. Wieder maltritierte er seine Unterlippe und weinte schließlich leise vor sich hin. Wenn er Glück hatte, seien Hermine oder Ron von Turm aus und würden kommen, so neugierig wie sie waren. Als nach einer halben Stunde noch immer niemand rausgekommen war, beschloss er selbst, den Weg zurückzufinden. Er stand auf und lief auf den großen grauen Flapklecks zu. Natürlich stolperte er oft über irgendwelche Steine oder Wurzeln. Nicht, dass er das nicht auch mit Brille tat. Die Stimmen anderer Schüler wurden lauter und Harry bemerkte, dass er sich wohl in der Eingangshalle befand. Er musste wirklich Glück gehabt haben. Irgendein menschlicher Farbklecks kam auf ihn zu. Er war größer als er, also musste es einer der Jungen sein. Hey Harry, wo hast du deine Brille gelassen? fragte Neville ihn und Harry atmete auf. Malfour hat sie mir weggenommen und ist damit abgehauen, erklärte Harry ihm und kam Neville näher, um ihn besser erkennen zu können. Anscheinend machte er Neville damit nervös. Hör mal, ich mag dich echt. Aber wir sollten vielleicht mehr Abstand haben, stotterte Neville. Wieso, wie nah war ich dir denn? erwiderte Harry erstaunt. Sehr nah, kriegte Neville und nahm Harry an der Hand. Komm mit, wir gehen jetzt nach Madame Pomfrey, sagte Longbottom und zog den schwarzhaarigen Wurschekopf mit sich. Nicht so schnell, brachte Harry überrascht hervor und Neville machte wirklich langsamer. Draco beobachtete die Szene und war gar nicht glücklich, dass sein Spontanplan nicht aufgegangen war. Missmutig ging er den beiden nach. Madame Pomfrey konnte anscheinend nichts für Harry tun und sagte ihm nur, dass er hoffen sollte, dass Mr. Malfoy gnädig zu ihm war und freiwillig die Brille wieder rausrückte. Das gefiel dem Malfoy-Spross gar nicht. Er war kein Ungeheuer, nur manchmal ungeheuerlich genervt. Und da musste er eben einen nervlichen Ausgleich schaffen, indem er andere ärgerte. Vorzugsweise Potter, dem kleinen Wuschelmonster. Oh, Merlin, das hatte er gerade nicht gedacht. Aber es stimmte ja. Potters Frisur sah wuschelweich aus. Was konnte er dafür? Marias Fell sah genauso aus und sie war wirklich so weich. Er grinste. Ob Potters Animagus-Gestalt genauso aussah wie Maria, nur mit grünen Augen, wäre bestimmt süß. Draco schlug sich mental gegen die Stirn. Heute bräuchte er dringend eines dieser willigen Weiber. Die Tür zum Krankenflügel ging auf und Longbottom kam mit Potter-Händchen haltend raus. Wortlos hielt er ihnen Potters Brille entgegen. Heute war er mal nett. Ausnahmsweise. Harry nahm sein Nasengestell von Neville an und setzte sie sich auf. Er spürte richtig, wie der Kopfschmerz verschwand. Kurzsichtigkeit war scheiße. Er würde sich jetzt nicht bedanken. Ganz bestimmt nicht. Immerhin war der Vollidiot mit seiner Brille abgehauen. Danke, Malfoy. Sagte sein Mund dann jedoch und er verpasste sich gedanklich eine Ohrfeige. Malfoy grinste wieder auf diese widerwärtige Art und Weise, dass Harry ihm eine reinschlagen könnte. Auch wenn er ihn liebte. Er hasste es, wenn der Blonde so war. Keine Ursache, Potter. Wir wollen doch nicht, dass du deinem Angebeteten kein Liebesbrief mehr schreiben kannst, nicht wahr? Rutschte es Draco höhnisch heraus. Oh je, wenn Granger das erfuhr. Potter blinzelte und sah ihn dann an wie ein verschrecktes Katzenbaby. Er fand die Kleinen ja so süß. Aber Potter irgendwie gerade auch. Aber Potter ist ja so süß.